so und hier mal als beweis dass ich weiß vor was ich rede dass ich löten kann ja nicht so wie der andere heinz und dann bei euch so quasi ein auf jimmy wichtig macht so wie es mir auch schon mal eine kundin vorgeworfen hat dass ich genauso fake und blender bin ich kann löten wie ihr seht das ist eine v12 mit einem mod pro 760 der ist natürlich schon abgeschirmt und hier gleich daneben wie ihr seht habe ich die packung mit den modpos die noch verpackt sind ohne kabeln ohne clip so bittesehr also wie gesagt passt auf vor dem typen im zwölften bezirk informiert euch im internet über tito pro oder wiki gibt es auch schon mit clip zum kaufen den wiki v2 mit clip bekommt man in spanien für 30 euro have more fun